Einen schönen Freitag, guten Morgen, wünsche ich meine Destiny-Freundinnen, die es nicht gerne erwähnen, möchten jetzt wieder euer DJ. Destiny 1 Xur befindet sich dieser Woche, Turm Nord, beim Sprecher, gegenüber. Jetzt schauen wir mal, was er für euch bei hat. Und zwar ist ein Gramm für euch, hat er diese Woche dabei. Premierwaffe, dann die Heilrüstung, zulässige Granate, dann Maske des dritten Mannes, Akkus klingen, verbrauchen weniger Superenergie. Dann die Amkara klauen, erhalte eine zulässige Nachkaufaufladung und dann haben wir noch die Jenseits. Ducken erhöht, den Zielfernrohr zoomen und Zielunterbeschuss wird leichter. So, das war es mit Destiny 1, freue mich, wenn ihr heute Abend wieder vorbeischaut in Destiny 2. Und ich würde euch gerne bitten, mich zu abonnieren, weil ganz viele Leute meinen Kanal schauen und nicht abonniert haben. Euer DJ, haut rein!